Herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video in der Januar-Challenge, wo wir gesagt haben, wir machen jeden Tag ein Video und der Cutter aka Nico der Stelzen-Stefan hat verkackt. Und in den Comments habe ich gelesen, dass da irgendwer kommentiert hat von uns, der Cutter würde 100 Burpees machen und ich habe mit dem Video heute nichts zu tun. Aber dass jetzt jemand 100 Burpees gemacht, da habe ich richtig Freude dran. Also 100 Burpees in 3, 2, 1. Ja Nico. Ja, ich habe es gerade gehört. Ich habe gehofft, dass es irgendwie aus dem Internet gelöscht wird, keiner es gelesen hat und ich nicht diese 100 Burpees machen muss. Das Internet vergisst nichts. Erstmal hier Clio. Ja, lecker. Ja, aber nach den zwei Challenges, die ich gerade abgedreht habe, machen wir jetzt einfach nur 100 Burpees. Was wollen wir jetzt Zeit nehmen? Sieben Minuten. Sieben Minuten? Sieben Minuten. Mit Kotzen. Ja. Dann stelle ich die Kamera auf. Wettschulden sind Ehrenschulden, sagt man ja so schön. Dann machen wir jetzt noch was Burpees. Wettschulden sind Ehrenschulden sind Ehrenschulden. Wettschulden 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 sind Ehrenschulden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020